Was ist mit dem Wetter? Das ist eine, auch in dieser wahnsinnigen Zeit, in der wir Friede und Freiheit in sich spüren und dadurch heile ich und dadurch heile ich auch andere. Das heißt, jeder Einzelne von uns hat die Chance, das zu tun und nur so können wir etwas verändern. Alles nur außen herum rennen und äußerlich reagieren bringen, sehr, sehr wenig. Ja, also das ist mein sexy Wort. Ich hoffe, er hat gefallen.